Ja liebe Jutta Freunde, wo ist da der Bauer Hause? Morgens um, was haben wir? Halb 8 Uhr, Grimselpass. Wir gehen in den Oberland. Ich meine, ich habe mal abgefahren, wenn ich da Grimsel durch kann. Sonst kann ich noch mal sein. Weg ist, der verrückte Land war. Weg ist der verrückte Land. Liebe Jutta Freunde, jetzt marschiert der Bauer Hause über die Teufelsbrücke. Jawohl. Alte Kontaktstrasse ist da. Wir gehen da tief hinab. Jetzt marschiere ich da in den Berg rein. Ein Rundweg soll das sein hier. Tief in den Berg gehauen. Ich bin da ganz außer Atem. Der Rundweg durch den Berg. Da bin ich da wieder draussen. So, der Bauer Hause ist auf dem Flüssenbad angelangt. Auf wieviel Meter? Das über 2.000 Meter. Es ist ja noch ein bisschen Schnee hier. Schnee, wo sieht man ihn gar nicht? Es ist ja lauer.